Das Raumschiff, Erde. Gott schuf nebst vielem anderen Himmel und Erde mit dem für uns Menschen unübersehbaren Kosmos und all den sichtbaren und unsichtbaren Dingen. Unter all diesen unzählbaren Gewalten und Mächten der Schöpfung befindet sich ein winziges, aber wundesames Stäubchen der Planet Erde. Für uns Menschen ist dieses Stäubchen aber ein gewaltiger Flugkörper oder so ihr wollt Raumschiff Planet Erde. Dieses Raumschiff, das durch den Kosmos fliegt, ist so komplex und gewaltig gebaut mit tausenden von Bekannten und Unbekannten für die Existenz absolut lebensnotwendigen Hebelchen. Jede Baumsorte, Tierart, jedes Mineralvorkommen und so weiter ist ein unverzichtbares Hebelchen. Dass der Schöpfer, der Erbauer des Raumschiffs uns eine ebenso komplexe wie auch gewaltige Gebrauchsanweisung mitgab. Unser allen Leben hängt von der Einhaltung dieser Gebrauchsanweisung ab. Nicht von vielen Diskussionen oder hochgelehrten, Kardinalen, bei sich was alles, sondern von einfachen Herzliebenden, an Gottliebenden Herzen. Es genügt, was Christus gelehrt hat. Also noch einmal, bitte nur mit der Gebrauchsanweisung das Raumschiff bedienen. Gebrauchsanweisung Julien